Hallo zusammen, ich habe hier einen Dometic-Kühlschrank. Ob wir die reparieren können? Wir können, aber wir wollen nicht. Punkt, fertig, das war's. Meldet euch um Weihnachten, wenn ihr Wünsche erfüllt haben möchtet. Aber nicht im Sommer im Hochbetrieb ein Mail schicken am Sonntagnachmittag ohne Absender und dann fragen, ob sie am Montagmorgen vorbeikommen können, um einen Dometic-Kühlschrank zu reparieren, weil ihr niemand findet, der sowas reparieren kann. Fragt bei Dometic an, ihr habt ja einen Dometic-Kühlschrank, nicht bei Wemo, wir haben nichts mit Dometic zu tun. Wir können, aber wollen nicht. So ab September können wir wieder darüber reden und ab Weihnachten werden dann auch Wünsche erfüllt. Aber Maximum bis Ende Jahr. Also wenn ihr einen Dometic-Kühlschrank habt, nicht zwischen während der Sommerzeit oder sowas. So ab September, wenn die Winterzeit wieder kommt, dann können wir über Kühlschränke reparieren, von Dometic sprechen. Auch wenn das Teil nicht funktioniert, dann fragt Dometic an, nicht mich. Punkt, fertig. Ich wünsche euch einen schönen Tag. muss ich nochmal machen,